hallo und herzlich willkommen zurück zu satisfactory in den letzten folgen ich weiß nicht warum ich mache die aufnahme an dann mache ich meine an mod und irgendwie fehlen dann so ein stück von der anmod am anfang vom video zurück zu hallo und herzlich willkommen zurück meistens kommt dann nur grounded oder satisfactory oder oxygen not included und das davor hallo und herzlich willkommen also ich muss echt warten bis die aufnahme eine sekunde zwei an ist also nicht wundern als dann doch am anfang das anders ist doch sehr immer wieder ich und meine leitern also wir haben jetzt hier so ein riesen plateau gebaut und dann gucke ich so na ich gucke so was ich noch bauen muss und dann schauen wir mal hier wir brauchen noch zeitgleich 14 ja 14 waren das okay habe ich noch beton nö war ja klar schnell beton holen der hier ist ja heftigst produziert beton kann man nie genug haben okay so ja wir brauchen noch 14 im englischen heißt assembler also ja wie hat's dann hier fabrikatoren ok konstruktoren brauchen wir gar keine mehr weil ich zeig es mal eben kurz aber wenn man sich da so machen dann gehe ich hier so man kann es hier sehen also das alles ist gebaut was hier ist komplett alles gebaut wir müssen nur noch das hier bauen das sind hier 6 und 5 und 11 und 3 sind 14 ok dann zurück gemacht fortsetzen 14 kriegen wir hier 14 stücken wenn ich hier noch ein bisschen raus gehen stimmt oder also ja ach man vergessen loop anzumachen sup sup ich suppe ich suppe hier rum was das denn fällt mir aber so nicht aber egal wir kriegen ja da jetzt ein stück in die reihe jetzt geht es hier durch mach mal später sag ich immer und macht dann doch nie ein bisschen platz brauchen wir dann die obere plattform einfach mal benutzen um später dann bahnhof hinzubauen und dann irgendwann mal freigeschaltet haben also das doch gehen wenn ihr so ok ich dürfte auch in die kommentare schreiben da habe ich nichts dagegen im geigentum machen wir das noch voll was noch ja sind aber nur acht glaube ich so ok jetzt nehmen wir unsere fabrikatoren 14 stück die können ein bisschen platz will ich lassen also die müssen nicht ausgerichtet sein die müssen nur hierhin was natürlich andersrum wie cause so ich mache die in gruppen und zwar ach komm die erste gruppe ist stadt hoher und brauche ich fünf stück 1 2 3 hier stadt hoher brauchen stahlrohre und kabel bedeutet hier kommt irgendwo kabel aus oder da kommt dann die trage 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 und hier kommt raus wo wird den kabel gemacht irgendwo doch hier kabel gemacht oder nicht ja 14 konstruktoren nur für draht 278 9 10 11 12 13 14 15 wieso sind das 15 noch mal 2 4 6 8 10 12 14 14 9 15 stimmt die machen draht aber habe ich ja was vergessen die machen draht der macht man jetzt wird es echt kompliziert da gehen 280 davon weg gerade 280 gehen weg für hier kommt der kupfer rein oder ist das noch nie angeschlossen ja gut gehen weg für kabel noch mal fünf von denen und platz sie ich die denn ich ja niemals dahin ohne mit denen hier irgendwie fünf in die mitte ihr alle macht rad und wo kommt das kupfer in davon da muss ich das jetzt erst mal verbinden würde ich mal behaupten wollen weil da man splitter ein egal ich nehme den trug mal e und dann habe ich nicht zweimal drückt den fusionator das richtig ich brauche später auch splitter ne und von hier unten und die dann da genau 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 wie das wieder los also so arbeiten und reden ist so toll ja und das gleiche dann hier habe ich noch kein gesetzt jetzt ist das problem ist es gar nicht und von hierin warte 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 124 kupfer ja da kommen 224 das klappt es klappt ich dachte schon das wird hier nicht klappen im nächsten muss ich wieder umdrehen richtig auch könnte passen nach wo habe ich den spruch her er ist vom boot das boot war irgendwann in 80ern ich glaube 84 ich glaube 84 war ein gutes jahr für für filme ok na also die müssen müssen gefüttert werden wir werden doch von hinten gefüttert warte noch mal warte 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 also das ist ja der macht kupfer machen die werden doch schon gefüttert wir haben es wieder ab wir haben ja kein problem ein ein dann ja hier war doch vor sieben fusionatoren händen die machen ja alle draht splitter 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 aber hier irgendwo drücken dann haben wir hier ein fusionator warte das habe ich denn hier gebaut das geht hier alles darüber okay dann habe ich nur kein band weil nur runter nicht wichtig das stimmt nachher ja es könnte sein dass ich hier schon irgendwo den abstand verteilt habe dann bauen wir es wieder ab dass das schöne hier ne also man verliert ja nix wenn man sich verbaut dann kriegt man die sachen wieder was gerne noch mal es ist nicht wie ein grounded wo man nur die hälfte wieder bekommt wenn überhaupt so da noch oder kommen raus weiß ich trat die minute aber jetzt jetzt mal 30 erzählen ne quatsch ist ja schon durch ok 280 geht nicht ich kann keine 280 wie löse ich das denn ich brauche sechs konstruktoren da gehen 280 sechs konstruktoren wo 280 6 konstruktoren wo 280 aber wenn ihr 30 rauskommen möchten weil sich richtig 90 120 150 180 und das werden dann bei 110 bei 110 reicht nicht 210 210 geht und dahinten sind es dann 240 das geht auch dann muss ich das irgendwo später dann zusammenfüge das war das redet man gerade gar nichts so war ich hier ich könnte jetzt hingehen und könnte das alles irgendwie auf screen machen aber bringt euch ja auch nicht weiter ihr seid ja genauso am anfang wie ich weil sonst würde die mich ja nicht gucken 30 aus dann was machen sind 60 dann gleich da 60 dann ein weiterer 120er band weiß ich da weiß ich da ja zusammen sind die zusammen sind 120 26 9 120 hier sind wir bei 120 ok dann sind wir bei 150 da brauchen wir schon das nächste band 180 180 110 hoffe ich da müsste eigentlich so stimmen das gleiche hier einmal 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 mk1 anhalts anhalts da nicht wanne mei 30 an der wand wenn kein 60 an hier förderband beim katz ist das genau das hier auch im k2 das brauche ja ja gar nicht 30 60 30 60 genau dann und k2 so 120 also eigentlich 90 dann hier 120 er wird schon stimmen hoffe ich mache ich sollte mal die produktion anleihen dass hier auch was ankommt so das hat man hier warum die haben keinen strom haben die denn wir haben sie nicht weil dann kommt dir nichts an das ding hier hinten kein strom hat gehe ich mal von aus natürlich hat es keinen strom zu weit oder zu weit so war fehler doofa fehler kann ich das hier gar nicht hier in die ecke setzen wird sich halt hier gleich wird irgendwann meine fabrik besser 224 baue ich insgesamt das passt soweit der strom okay wir haben noch reserven 1700 so viel frage mich nur wie lange diese reserve noch halten soll geht das gefällt mir gar nicht wenn ich jetzt gleich mal ein bisschen umbauen weil was bringt ja so nicht von da dahin kann mich das sind ja zwei hinweg den weg und sind jetzt alle verbunden ging denn das andere kabel hin noch irgendwo ein eisen angezapft das rot um die ruhe so mit von hier aus nicht weiter so jetzt müsste das wieder geben jetzt brauche ich hier noch strom und zwar nicht wenig wie mache ich das ab hier ein strom aus ok und hier ist 0 ist absolut 0 0 verbunden 0 moment kurze pause ich muss mal kaffee holen so ich habe mir mal einen kurzen überblick verschafft also ich muss die kupferproduktion noch mit strom versorgen haben die denn hier alle strom die auch nicht was ja ich bitte aber da komme ich nicht mehr ran vierer wenn ich eins drücke und mache dann passiert nein ich kann keinen verändern damit ich den mal kurz wegnehmen macht das so wie mich das hier schon mal hier wird es gehen dann den aber hier zwischen das sind echt doof aus ob es funktioniert am ende ich hoffe es ist einigermaßen in der mitte ja da uns haut jetzt nicht gleich die sicherung oder steht ein Mast. Ist das hier rot? Und ist hier alles rot? Ist ja alles rot. So, da ist ja alles noch nicht angebunden. Da könnte ich ja den Strom... Warte mal. Warte mal, warte mal. Der kommt jetzt von da hinten, ne? Hm, nein, ich baue den ab. Ich mache das so. Ich nehme den nämlich von hier. Ich packe den dann mal so dazwischen. Hätte ich das gerne. Also. Geh mal ruhig dahin. Dahin. Dann. Hier. Dann. Da. Das reicht. Ja, eigentlich. Da. Hier. Man müsste eigentlich immer, wenn ich... Das hier so vor die Bauern, das soll eigentlich passen. Genau. So, ne? Der letzte kommt dann dahin. Mit dem... Ähm... Dann sind es hier... Ja gut, das passt. Das passt. Dem... 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 Ja, und ich weiß, ich bin ein bisschen kindisch bei der Sache, aber... Das ist ein Spiel. Da muss man kindisch sein, oder? Man muss nicht. Man darf. Man darf kindisch sein. Also. Okay, es ist alles angeschlossen. Hier war doch irgendwo noch was rot. Da hinten. Ähm. Was ist denn hier alles gut? Warum? Warum ist hier alles gut? Was ist das denn hier? Das ist doch kein Kabelmanagement, was ich hier hab. Okay, alles weg. Alles weg. Ja, sowas von... Ne? Gewollt und nicht gekonnt aus. Okay, wir schließen jetzt erstmal die an. Wie machen wir das? Warum? Sag ich eigentlich immer... Wir. Ähm. Wie mache ich das? Die sind verbunden. Hey. Dann habe ich wohl irgendwo... eine Verbindung gekappt. Ich möchte mal dahin. Aha. Okay, das ist schon besser. Sonst fehlt es noch hier an denen. Ähm. Wo habe ich denn? Da habe ich noch so einen Turm, ne? Oh, super. Was da? Kommt hier dann immer in die Mitte. Und zwar... Hier so, ne? Was da? Ne, 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 ne. Äh, ne, 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 ne. Geht gar nicht. Ich muss ja hier mit... Ich muss ja hier raus. Mit den Stangen. Also muss ich mir... Das Ganze von hinten verbinden. Hier ist alles angeschlossen. Hier kommen wir raus mit den Stangen. Das passt soweit. Äh. Ah, ja. Das ist der nächste Förderdingensbums. Wie mache ich das dann? Will ich das von oben verbinden? Vielleicht hier mit so einem... Kann ich die überhaupt hier anschließen? Hier? Ne, geht gar nicht. Geht nicht. Pflichten ergreifend geht das nicht. Äh. Autosave. Da habe ich immer Angst. Äh. Das Spiel abstürzt. So. Ähm. Ja, die sind ja angeschlossen. Ich muss nur noch die anschließen. Kein Thema. Ein Thema. Immer davor. Immer auf der anderen Seite auch gemacht. Jetzt da. Es fordert mich. Und ähm. Es macht super viel Spaß. Aber. Es ist auch super anstrengend. Muss man dazu sagen. Jetzt stehen die ja schon wieder da drin. Äh. Genau das wollte ich doch nicht. Okay, nochmal. Ähm. Von hier nach. Dann kommen die halt... So, wenn, ne? Immer so kurz davor. Ähm. Ja. Das ist natürlich jetzt ihr doof. Aber. Kein. Ich kann den. Hier hinsetzen. Oder? Oh. Wer dann der? Der nächste kommt dann. Hier hin. Genau. Äh. So ein bisschen rechts davon. Rechts davon. Rechts davon. Rechts davon. Äh. Rechts davon. Gut. Okay. Oh nee. Glaube ich. Ein zu wenig. Oder? Nö, passt. Okay, alles läuft. Alles läuft. Und jetzt habe ich aber leider den Überblick verloren. Hier kommen an. Kabel. Okay. Kurzer Überblick. Moment. Also. Noch fünf Kabelkonstruktoren, die aus dem Zeugs irgendwie... Ich mache ich das. Wenn ich die so hinstelle. Wenn das hier der Eingang ist. Äh. Ja. Könnte klappen. Aber ich glaube es auch nicht. Ein riesig. Der sind so riesig. Ähm. Vier und fünf. Oh. Sonnenlicht. Ist ja ganz was Neues. Dann werde ich die wohl wieder abreißen müssen. Okay. Die brauchen. Die fünf Kabelkonstruktoren brauchen 280. Ne? Ne? Hier. Ne? Von denen. So. Hier kommen raus. Drei. Sechs. Neun. Zwölf. Fünfzehn. Achtzehn. Einundzwanzig. 210. Oder? Ja. 210 kommen hier raus. Das bedeutet... 110. Äh. Ich brauche hier... Splitter nochmal. F. Arthor. Kein Thema. Böcken wir E. Dann haben wir einen Splitter. Okay. Ich sag da 210, ne? Ähm. Jetzt muss ich erst mal gucken, was braucht so einer? Äh. Der soll machen Kabel. Der braucht 60 Draht. Okay. 60 Draht. Hier kommen an 210. Jetzt 12, 18. Also drei kann ich hier anschließen. Oder? Ja. Drei kann ich hier anschließen. 18. Und jetzt müsste hier kein Splitter mehr hin, sondern ein Fusionator. Glaube ich. Also. 6, 12, 18, 24. Braucht 280. Und da muss hier noch einer hin. Oh Mann. Immer diesen Rechner. Nein. 24. Und der letzte wird dann halt nur mit... 40 liefert, bedeutet... 40 liefert, bedeutet... Und hier aus muss ich dann 40 nochmal hier hineinpacken. Oh Mann. Ne, ich glaub, die muss ich ja wegmachen. Das ist... Das geht nicht anders. Das ist, wenn man nicht am Stück spielt, ne? Dann ist das so ein bisschen doof. Okay. Also. Ihr. Hier kommen 240 an, ne? Oder? Ne, 100. Ich hab's schon wieder vergessen. Äh. Darin. Dann... Weniger 60. 210, ne? Äh. Mach' ich so. Da waren dann 2. Darin. Ja. Dann... Ja. Ja, ist egal. Okay. Äh. 60 geht. Also mit dem normalen... Verwandt kann man das verwenden. So. So. So, die gehen da rennen. Und die machen Kabel. Genau. 60 Draht. Wir kommen 210 Draht an. Wählen uns noch 70 Draht. Irgendwo. Hier mit einfügen muss. Ähm. Ähm. Oh. 60 Draht. 6. 12. 18. Da müsste ich hier ein Fusionator hinbauen. Äh. Ja. Ja. Kommt hier muss ein Fusionator hin. Jetzt wird's echt kompliziert. So. So. ein Fusionator. Der... Äh. Ja. Natürlich. Hier raus geht. In die Richtung. Okay. Ähm. Ja. Äh. Äh. Einen hier hin, oder? Nein. Äh. Ja schon, aber die Frage ist, ne, weil, was kann ich machen? Hier kann ich ein Band hinbauen, ne? Ich kann auch hier ein Band hinbauen. Das geht. Dann wird das da reingefüttert, aber von hier nach da, das geht nicht, ne? Okay. Ich hab hier ein Fusionator. Dann mach ich hier wieder ein Splitter, genau. Hier muss ein Splitter hin. Ähm. Splitter, der... 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 Hier rin geht. Daraus. Okay. Okay. Ach man. Okay. Na. Hey. Hab ich den Splitter falsch gebaut? Okay. 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 Geht hier rin, geht da raus. Ach, das ist hier ein Fusionator. Ja, ja. Alles klar. Alles klar. Ist ein Fusionator, genau. Warte mal ein Splitter, der müsste dann... Warte. Die werden jetzt... Ja. Okay. Hier. 60. Nee, der... Der... Der macht Draht. Okay. Nee, das ist er hier, ne? Der hier. Äh... 60 Draht. Er braucht... Er macht Draht. Okay. Das sind hier jetzt... 60 Draht. Dann sind's... 120 Draht. Dann sind's... 180 Draht. Und hier... Bleiben dann noch über... Von 210... 180... Das sind 30. Hier gehen 30 Draht drin. Dann brauche ich noch 30 Draht. Das bedeutet... Ich muss von hier... Hier wird nix produziert. Why? Äh... Ich mach das erst mal fertig. Ich brauche 30 Draht von hier... Für den... Und 60 für den. Ist das richtig? 210, 70 fehlen. 30 und 60... Nee, nee. Der muss runtergetaktet werden. Warte. Der letzte soll... Kabel machen? Äh... Hab ich denn noch angestellt? Nee. Okay. Ich hab's noch gar nicht angestellt. Kabel. Hallo. Äh... Kabel. Und... Der macht Draht. Nee. Der macht Draht zu Kabel. Okay. Gut. 3... 6... Nee... 6... 5... 18... Also er braucht noch 30 Draht. Und der letzte... Brauch... Der letzte... B... 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 Ui... Mit... 9... 9... 9... 3... Okay. Was sind denn? Und... 9... 3... Aha. Auch 30. Also ich muss hier 60 abknapseln. Okay. 30... 60. Nee. Das kriege ich ja hin. Okay. Mh... Das ist ein Fusionator. Also wenn ich weiß. Das ist ein Fusionator. Und hier muss auch ein Fusionator hin. Äh... Warte. Äh... Ja. Muss weg. Wir müssen... Nahtor hin. So. Ne. Okay. Und zwar... Lass ich hier 60 rein gehen. Dann gehen die... Das sind... Jetzt wird es echt kompliziert. Das ist schon mal klar. 30... 30... 30... Bänder... Geht... Geht... Was sind übrig geblieben? 180... Warum ist das eigentlich rot? Achso. Autosave. Geht... Eher schräg immer. Ne Ahnung, warum ich das immer sage. So. Okay. Ich glaube, das kriege ich so heute nicht mehr gebacken. 310 kommen hier an. Denksportaufgabe. 210 kommen an. Oder? Ja. Ja. Ja, der macht... Die machen alle 30. 3... 6... 9... 12... 15... 18... ansonsten sieben stück 210 kommen hier an wir gehen erst mal 60 oder 60 ab dann gehen hier noch mal 60 noch mal 60 denn 180 bleiben über 30 30 bleiben über dann fehlen ihm hier fehlen 30 und dem fehlen 30 dem film richtig hier wird nichts produziert wollte ich nicht später dem fehlen 30 dem fehlen 60 das ist ein fusionator und das ist ein art war 30 60 ich es kommen jemals 30 hier 30 60 also müsste ich ja ja ich mache hier ein paar spiel dahin mit keiner rolle oder bad splitter kommt jetzt hier hin war hier immer getrunken rin geht dadurch und und sich bitte in hier aus da kommen später hin und da kommt noch ein spiel dahin ich hoffe da musst du dahin danach da ist jetzt doof aber nicht zu ändern okay alles klar ich muss gleich noch kabel hier irgendwie ab knapsen das ist schon mal klar aber das ist durch und hier wird nichts produziert weil kein kupfer ankommt warum kommt hier kein kupfer hier wird überall kupfer produziert und hier hat kein kupfer erz wieso hat das kein kupfer erz wo sind die hier nicht angeschlossen okay jetzt aber oder jetzt flutscht hier durch 120 60 60 30 30 und eigentlich passen oder ja passt gut da bin ich mal gespannt ich muss auf jeden fall von dem band ihren intelligenten splitter in den überschuss das würde sinn machen schon vor der wand im karton würde ich da auch hin machen und den mal weg machen und nämlich hier ein intelligenter splitter okay es war hier rennen und überall raus da sollte so passen was macht denn da so gute güte was ich da tun kupfer bachen hallo kupfer bachen es war nicht angeschlossen und jetzt kupfer bachen leicht ja würden sie aber kommen sie nicht warum ist das infusionator geht der in die falsche richtung möglicher weise okay okay äh du nicht genaue tun ach schon richtig soll von daraus gehen jetzt geht's auch mal wieder falsch ausgerichtet ach man wie ich das hasse ich hasse es nicht ich bin ich finde ich finde super geil da wird mal wieder mein brain ein bisschen gefordert oder läuft das hier natürlich nicht weil da fehlt noch was so und das überschüssige kupfer was ja gar nicht geht ne okay ich müsste ne ich müsste hier noch was abzwacken das sind ja 280 das geht ja gar nicht ich brauche ja 280 auf der einen seite und dann nochmal 168 auf der anderen seite also müsste ich hier irgendwo hier so vielleicht irgendwo ne beim band rausgehen vielleicht mach ich das auch äh statt den intelligenten splitter ja gut der ist schon glaube ich richtig aber davor wenn ich denn das nicht über das hauptband schicken sondern hier die hier 30 rausziehen und da reinpacken ja geht nicht anders weil ich brauche noch 168 in die andere rechte also würde ich die 3 in die richtung und jetzt nochmal echt bescheiden aus und gehen dann was ich hier so kacke aus geht das nicht ein fusionator richtig jetzt läuft es umgekehrt ach nee aber mit einem splitter geht es doch nicht muss ja ein fusionator sein nicht nicht dahinter nee hier kommen ja 200 hier kommen 280 an ne ja ja ich muss also davor irgendwie weißt du was weiß auf die ql sagt wird sich irgendwann ausgehen oder warum geht es hier nicht weiter also nach rechts würde ich sagen geht kupfer nee draht draht nach links geht überschuss was hier wird nach links geht überschuss ok ja jetzt kann ich das hier wieder teilen dann sollte das funktionieren hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich 50 minuten haben wir ich habe nichts auf die reihe gekriegt jetzt echt ja hier mal platzprobleme machen ich komme gleich wieder habe ich gesagt platzprobleme meinte platz schaffen so also fünf konstruktoren wir gucken mal kurz nochmal auf unseren planen fünf konstruktoren machen kabel die gehen dann in die automatische verkabelung mit 2,8 assemblern ok so also 2,8 was wären dann drei ob ich den hier hin gleich gegenüber gleich gegenüber platzmäßig würde ich sagen ich brauche hier drei 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 stück drei stück ja ruhig wenn schon dann in die mitte so ganz na komm da geht jetzt rennen hatte habe ich wieder aus dem auge verloren da ist es doch da müssen auch noch statoren rein also wenn ich denn das mal hier so dicht vor statoren 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 müssen ja auch noch rein ähm weil die kriegen nur kabel und statoren erst mal die kabel also das hier ähm hier kommen kabel raus gehen darüber hierin was jetzt nee ist es nicht wenn schon denn schon ok fabrikat alles ja bündig haben zwar ja ne was das jetzt oder hat er sich nur mittig ach können wir ja gleich testen hier direkt drin ja super das ist gut sehr gut soll dann hierin gehen ne also da kommen die hierin und machen äh äh automatische verkabelung ok gut dann der nächste dahin er wird wohl nicht bündig werden ne oder doch wenn ich den dahin baue ne das wird nicht funktionieren da 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 habe ich ja zumindestens mal hier die kabel drin dann mache ich kabel drin hä so eigentlich ne wieso eigentlich die müsste ich alle hier in splitter hin hin fusionator 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 das war ja nur zum ersten ok hier ist ein splitter so darin darin so dicht wie möglich so dicht wie möglich ich brauche nämlich noch sehr viel platz das hier ist geht doch gar nicht und das der 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 so nach oben nein das ist ja blödsinn was hier macht das muss von da darunter ihren das sind fusionator nicht dann kommt er weg blätter infusionator nach rechts rausgehen hatte rechts raus der nächste so nach links rausgehen der nach links denksport aufgabe der auch nach links um die kabel gehen hier rüber wenn ihr gesammelt ihn dann wieder hier rüber wenn hier funktioniert gehen hier rüber und gehen dann ja mit splittern keine ahnung weiß es noch nicht blittern die blätter richter sein input form da und geht in ja und zwei richtungen weiter und da war auch da noch da ja okay okay der nächste splitter oder drin muss sehr hoch und wenn sonst sehe ich es nicht dahin an der nächste und dahin okay die machen manche kabelung und manche verkabelung alles klar dann eh nie ah ah hm ja alles klar wamm am wir ja witzelst 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 60 90 140 140 gehen dann hier wir werden abgegriffen wurde 50 140 weniger 50 okay da kann ich hier war ja band weitergehen hier dann beim 1er band nicht hier was geht der steht neben sich aber komplett neben sich okay das ist durch die machen alle automatische verkabelung 3,8 klar okay und die nur noch strom woher nehmen und nicht stehlen würde ich mal hier hinten irgendwo abgreifen ich finde das denn aus was ist das denn gehört er dahin würde er nicht warte so dahin so schwierig ja vielleicht dahinter dahinter ich jetzt eher dahinter packen wollen autosave hilfe hilfe ja und hier auch kurz davor einmal so okay automatische fahrkabel long check okay haben wir durch kurzer verschnaufpause ne wisst ihr was wir machen jetzt beim nächsten mal weiter sind schon bei ja fast einer andern halben stunde glaube ich ne wir sind bei einer stunde aber ja solange videos guckt sich doch kein mensch an also ich werde das heute sowieso nicht fertig bekommen also machen wir genau hier beim nächsten mal weiter dann bedanke ich mich fürs zuschauen gehabt euch gut wir sehen uns beim nächsten mal und tschüss wir sehen uns beim nächsten mal